Untertitelung des ZDF, 2020 Sie wissen nun, dass Berlin unter Artilleriefeuer liegt? Nein. Ja, sagen Sie. Hören Sie den Bischofs nicht? Nein, ich bin in Wildpark Werder. Ich habe keine Aufregung in der Stadt. Die Russen sollen eine Eisenbahnbrücke über die Oder haben. Der Feind hat keine Eisenbahnbatterie an der Oder. Es handelt sich hier nicht um Fernfeuer. Der Divisionsgefechtsstand, der Flak am Zogen gemeldet, dass es sich hier um Geschütze nur des Kalibers 10 bis 12 Zentimeter handelt. Die russische Batterie ist bei Marzahn in Stellung gegangen. Das sind ja nur 12 Kilometer bis zum Stadgang. Ist der Russe schon so nah? Man möchte die ganze Luftwaffenführung sofort aufringen. Das ist unerhört. Unerhört. Der Russe steckt 12 Kilometer vor dem Stadgang. Und ich erfahre das sozusagen auf Nachfrage. Mein Führer, vielleicht handelt es sich ja wirklich um Fernfeuer. Sie erwähnten eine Eisenbahnbrücke über die Oder. Ah, und sein! Ich bin ihr. Ich bin von Stadgien, ich binlage gerek.